Moin, liebe Werder-Fans. Das Derby steht vor der Tür, Samstag. Ein wichtiges Spiel, ein sehr wichtiges Spiel. Es ist keine einfache Situation im Moment, das wissen wir. Wir haben diese Woche viel daran gearbeitet, dass wir trotzdem eine positive Stimmung haben und dass wir Samstag mit einer breiten Brust auftreten. Einfach alles aus uns herausholen. Ich freue mich auf Samstag, ich hoffe ihr auch. Wir freuen uns auf eure Unterstützung und wir hoffen, dass wir ein sehr positives Ergebnis Samstag erzielen können. Wir sehen uns Samstag, bis dann.